Hallo, hier ist der Mr. Buttonrunny5849LP. Wir spielen heute Ragnarok Online 2. Ja, Ragnarok Online gab es ja auch früher, 1998. Ein ganz tolles Spiel. Wir nehmen uns mal den ersten Channel davor, da sind so wenig Leute. Und, ja, los geht's. Wir nehmen die hier, die Freya. Dann starten wir mal. Boah, sieht die toll aus. Ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Ui, toll, Echsenmenschen. Oh, ich will einen als Haustier haben. He, he. So, ich muss nur noch mal meine Kamera einstellen. Äh, etwas ranzoomen. Komm, äh. Ne, ist das zu nah? Ah, ui, toll, wir müssen dafür sorgen, dass die Pflanze größer wird. Oh, das ist schön. Äh, was machen wir als erstes? Äh, 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 achso, ja, wir gehen da lang. Einen Moment bitte, ich muss mal ganz kurz was erledigen. Äh, mich am Hintern kratzen, aber das seht ihr ja zum Glück nicht. Oh. Und jetzt sind da diese kleinen Baby-Poring-Garn. So, jetzt töten wir eins dieser Viecher. Und bekommen dafür auch noch Tränke. Supi, wir haben das Vieh getötet. Na. So, ich muss noch mal was machen an der Game-Einstellung. Ja, nimm alles mit. Okay, äh, wo ist denn das? System? Ah, hier. Gut, ich hab's etwas leiser gestellt. Das hört sich dann viel besser. Also, ihr hört dann mich viel besser. Ich hab wieder eine neue Kamera. Und zwar eine, äh, Fuji-Semens-Kamera. Super, ich hab mich unsichtbar gemacht. Aber irgendwie doof. Dieses Baby-Poring hat mich gesehen. Ich hoffe, wir kriegen einen Power-Pilz. Oh, wir kriegen eine Tasche. Mal gucken, was da drin ist. In der Tasche ist eine Tasche. Ich muss mal näher ran zoomen. Dann seht ihr mich besser. So, seht ihr die, diese Person hier? Ja, die sich da am Arsch kratzt. Genauso wie ich. Oh, Leute, wenn ihr es hier mitkriegen könntet. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann mich hier nicht zurückhalten. Scheiße. Also, bis dann.